Musik Zwei Sänger, Peter und Heidi, machen Urlaub in der Türkei. Manchmal nervt meine Arbeit wegen dem vielen Fans. Wenigstens hat man im Urlaub Ruhe. Oh mein Gott, ich bin auf der dicken Foto und ich bin Autogramm. Lass dich in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Peter hatte die Nase voll und beschloss sich umzubringen. Es geht ja mal wieder zu weit. Tut dir das nicht ernst. Adieu. Nein! Hilfe! Hilfe! Endlich Freiheit. Jetzt kann ich mich nie mehr wieder nerven. Auf nach Hawaii. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.